wie man M.2 SSDs direkt nativ am Raspberry Pi über PC-Express anschließen kann, ohne Umwege über USB. Ich habe das mit dem Pineberry Head Drive ausprobiert und werde euch in diesem Video zeigen, wie man das montiert und auch worauf ihr achten müsst, da gibt es nämlich ein paar Fallstricken. Warum sollte man das tun? Speierkarten sind relativ langsam, was die Geschwindigkeit angeht und zudem nicht für größere Datenmengen ausgelegt, sondern eher für kleinere Schreiblasten. Im x86 Bereich haben sich daher schon länger Flash-Speicher in Form von SSDs durchgesetzt, seit Jahren stecken die in jedem PC. Im Gegensatz zu x86 Mainboards besitzt der Raspberry Pi 5 kein M.2 Slot, wo man die SSD direkt aufs Mainboard stecken kann. Hier braucht man ein Head, um das Ganze nachzurüsten. Der Raspberry Pi 5 hat nämlich eine universelle PC-Express-Schnittstelle. Der Head, der ermöglicht dann das Anbringen einer SSD. Ein Offizieller ist angekündigt, bislang allerdings noch nicht erschienen, folgt wohl im Verlauf des Jahres. Pineberry war schneller und hat schon in 2023 sogar zwei Heads vorgestellt. Ich habe mich für den Head Drive in der Bottom-Edition entschieden. Der wird unten an den Raspberry Pi angesteckt, also nicht wie die anderen Heads, wie der Name ja sagt, nochmal oben drauf, sondern unten. Der ragt etwas heraus, hat damit zu tun, dass der alle Formatfaktoren unterstützt, auch die 2280, die ja im x86 Bereich bei PCs vor allem gängig sind. Ich habe die zwei Varianten schon mal in einem eigenen Beitrag etwas ausführlicher vorgestellt. Für mich ist der Vorteil darin, dass ich am meisten Auswahl habe und die vorhandenen SSDs benutzen kann. Ich muss mir also keine extra kaufen, die ich dann wiederum nicht an allen x86 PCs nutzen kann. Da gibt es zwar manche Laptops, die auch die kleineren unterstützen, aber am gängigsten sind eben die größeren mit 2280. Um über diesen Head am Raspberry Pi 5 mit einer SSD auszustatten, brauchst du neben einem Raspberry Pi 5 mit Speicherkarte noch einen Kreuzschlitz- oder Schlitzschraubendreher. Das sollte ein eher kleinerer sein, damit er hier in die Schrauben passt. Zwei Dinge solltest du zudem vor der Montage wissen. Der Raspberry Pi 5 kann zwar von NVMe booten und damit die Speicherkarte vollständig durch eine M.2 SSD ersetzen, doch das ist im Standard nicht aktiv. Schon deswegen brauchst du erstmal eine Speicherkarte mit installiertem Raspberry Pi OS, um es zu aktivieren. Dazu kommt das Problem, dass zwar viele PCs und wahrscheinlich auch Raspberry Pi Nutzer einen Speicherkartenleser haben, aber wahrscheinlich kein Adapter für M.2 SSDs. Der universelle Weg, der immer funktioniert, ist daher zuerst ein Raspberry Pi OS auf die Speicherkarte zu flashen, NVMe zu aktivieren und anschließend das Ganze auf die SSD zu übertragen. Das heißt zuallererst flashen wir eine Speicherkarte mit dem aktuellen Raspberry Pi OS und legen die in den Raspberry Pi ein. Natürlich kannst du auch eine bestehende Installation nutzen, falls du schon eine hast. Im Lieferumfang sind vier solche Abstandhalter, die werden auf den Raspberry Pi aufgelegt, damit man dort die Schrauben hineindrehen kann und man eben genug Abstand zur Platine hat. Dazu neun Schrauben zur Montage des Boards, von denen braucht ihr nur acht Stück, die neunte ist zur Reserve. Eine kleine runde Fassung fixiert die SSD mit einer kleinen Schraube. Die Seite des Pineberry Head mit der M.2 Fassung, die wird nach unten zeigen. Die gegenüberliegende Seite mit dem Anschlusskabel, die geht zum Raspberry Pi. An der Seite sind zwei LEDs, die zeigen nach links, also gegenüber von den USB- und Netzwerkanschlüssen des Raspberry Pi. Zur Montage kommt jetzt jeweils eine Schraube auf der Unterseite, also von der M.2 Fassung, durch die Platine durch. Auf der anderen Seite schraubt ihr einen von den Abstandsbolzen da drauf. So bekommt der Head, den man treffender Button nennen müsste, wenn man so drüber nachdenkt, vier Füße. Bevor ihr die Füße nutzt, um ihn am Raspberry Pi zu befestigen, würde ich jetzt vorher das Kabel am Raspberry Pi anschließen. Es sollte etwas gebogen werden, bevor ihr bei der mit PCI Express beschrifteten Buchse die braune Halterung vorsichtig nach oben anhebt, damit sie sich löst, das Flachbandkabel hineinsteckt und dann die braune Halterung wieder nach unten drückt. Zum Anheben an der Seite mit einem Fingernagel oder einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig nach oben drücken. Man kann es theoretisch auch später anschließen, so habe ich es gemacht, das würde ich aber im Nachhinein betrachtet nicht empfehlen, weil es dadurch ein bisschen schwieriger ist zum Anschließen. Nächster potenzieller Fehler, bevor ihr jetzt nämlich den Head auf den Raspberry Pi drauf schraubt, müsst ihr erst die SSD anbringen. Bei x86-Boards würde man die reinstecken, runterdrücken und mit einer Schraube meistens festschrauben. Das ist hier leider etwas anders. Das kleine runde Teil wird so in die Einkerbung von der SSD geschoben, dass die längere Seite nach unten, also in Richtung Platine, zeigt und die kürzere nach oben. Beides zusammen drückt ihr herunter, nehmt die kleine Schraube, die ihr auf der gegenüberliegenden Seite in das Loch schraubt, damit so die SSD sicher befestigt wird. Hier braucht ihr die etwas kleinere einzelne Schraube, die großen vom Gehäuse passen nicht. Erst jetzt klickt ihr die Platine auf die Unterseite vom Raspberry Pi, um sie mit den äußeren Löchern, die wohl so einen kleinen, leicht gelben Rand haben, festzuschrauben. Die etwas weiter innerliegenden Löcher ohne Rand, die sind hier falsch, sie sind für den Lüfter und Kühler gedacht. Dazu habe ich schon mal eigene Videos gemacht, wo ich das ausführlicher zeige, wie man den befestigt und auch, ob man den überhaupt braucht. Nachdem hier alle vier Schrauben auch von der oberen Seite drin sind, seid ihr mit dem Hardware-Teil fertig. Wenn wir nun den Raspberry Pi starten, sollte die Power-LED vom Head leuchten, das heißt, der ist aktiv. Er startet nicht nur weiterhin von der Speicherkarte, wenn wir mit LSBLK, also List-Block-Devices, nachschauen, dann sehen wir da kurioserweise nur die Speicherkarte, aber gar nicht die SSD, wie man das von jedem x86-System erwarten würde, wenn man dort eine SSD anschließt. Das liegt daran, dass die für M2- bzw. NVMe-SSDs verwendete PC-Express-Schnittstelle im Standard gar nicht aktiv ist. Sie wird in der config.txt aktiviert, die seit neuestem in slash-boot slash-firmware liegt. Das ist kein Fehler und gilt auch nicht für alle Versionen von Raspberry Pi, da habe ich schon mal einen eigenen Beitrag zugemacht wurde, das genauer erklärt wird. Hier ist der neue Pfad auf jeden Fall der richtige. Die öffnet ihr mit einem Textektor eurer Wahl- und Root-Rechten, also sudo davor, und fügt in die Gruppe all die Zeile dtparam gleich pcix1 ein. Es gibt auch Aliasse dafür, zum Beispiel NVMe. Wir nehmen hier das Original aus der offiziellen Raspberry Pi-Doku. Nachdem ein Neustart erfolgte, sieht die Ausgabe von LSBLK schon deutlich besser aus, hier taucht jetzt unsere SSD auf. Doch bisher ist sie nur ein Zusatzlaufwerk, davon starten kann der Pi noch nicht, dafür müssen wir jetzt einmal die Schrauben. Dann kann er die Speicherkarte auf die SSD kopieren und ihm anschließend sagen, dass er auch von dieser SSD booten soll, statt von der Speicherkarte. Es gibt dafür verschiedene Wege. Wenn ihr eine grafische Edition von Raspberry Pi installiert habt, dann könnt ihr über Accessoires das Programm SD Card Copier starten, oder auf Deutsch Zubehör. Das ist ein kleines Tool, womit ihr einfach oben das Quellgerät auswählt, also eure Speicherkarte. Das erkennt ihr am Präfix mmcblk und dann die Nummer im Regelfall 0 nach slash dev. Das sind diese sprechenden Bezeichnungen, mit denen man besser zuordnen können soll, woher die Laufwerke kommen. Beim Zielgerät nämlich gibt es jetzt dev nvme und dann wieder die Nummer des Laufwerks und der Partition. Bevor ihr Start drückt, unbedingt unten im Eck den Haken setzen, damit ihr eine neue Partitions-ID für die kopierten Partitionen generiert, sonst gibt das verschiedene Probleme. Wenn ihr euch danach mit LSBRK nochmal die Partition anschaut, dann werdet ihr feststellen, das Partitions-Layout ist jetzt bei beiden Geräten, also bei der Speicherkarte und der SSD identisch. Das kleine Programm denkt aber mit und erweitert den Speicher auf die maximal verfügbare Größe. Leider unterstützt dieses PyClone-Programm derzeit nur die grafische Oberfläche und kann nicht auf einer Konsole, also auf einer minimalen Installation ausgeführt werden. Vom direkten Kopieren mit z.B. DD ist ohne weitere Anpassungen abzuraten, weil hier eben z.B. die Partitions-IDs nicht angepasst werden. Es gibt aber mit API-Clone ein quelloffenes Skript, mit dem man etwas ähnliches erreichen kann, ohne grafische Oberfläche. Zwar hat der ursprüngliche Entwickler die Weiterentwicklung eingestellt, aber da ist in der Open-Source-Community kein Problem. Jeder kann seinen Fork selbst in die Hand nehmen und es gibt mittlerweile einen, der aktiv weiterentwickelt wird. Den holt ihr euch mit Git-Clone, geht in das Verzeichnis und bevor ihr das jetzt startet, einmal die Partition von dieser NVMe-SSD entmounten, also Unmount. Dann das Dateisystem löschen. Hier geht alles verloren, also vergewissert euch, dass da nichts mehr auf der SSD ist, was ihr braucht. Anschließend das API-Clone-Skript mit dem Gerätename, also im Regelfall NVMe 0N1, habt ihr eben in LS-Block gesehen, starten. Abhängig von der Größe eurer Speicherkarte kann das eine Zeit lang dauern, dann habt ihr auch hier eine Kopie von der kompletten Speicherkarte auf die neue SSD. Unabhängig davon, für welchen der beiden Wege ihr euch entschieden habt, muss jetzt noch die Startreihenfolge angepasst werden. Da der Raspberry Pi leider keinen Standard BIOS oder UEFI besitzt, wie man das aus der x86-Welt herkennt, können wir das nicht beim Start über die BIOS- oder UEFI-Oberfläche bequem ändern, sondern müssen das in der proprietären Firmware vornehmen. Ein paar gängige Wege lassen sich mit Raspberry Config setzen. Ich mache das am liebsten direkt in der Firmware mit sudo rpi-eeprom-config und dann der Parameter "--edit". Hier brauchen wir die Variable boot-order. Die ist hexadezimal, wird von rechts nach links gelesen. Im Standard heißt das, 1 ist hier die Speicherkarte. Wenn ihr von da nicht booten könnt, nimmt ihr die 4. Hier, das steht für USB-Massenspeicher, also USB-Sticks, externe Festplatten und ähnliches. Klappt das auch nicht, wird das Ganze mit F so lange wiederholt, bis es funktioniert. Wir möchten ans Ende die 6 hinzufügen für NVMe. Das heißt zuerst NVMe starten, wenn das nicht klappt, dann das, was ich gerade erklärt habe, Speicherkarte und USB. Darüber hinaus wird in der offiziellen Dokumentation empfohlen, PCI-Probe gleich 1 für Geräte, die nicht die HeadPlus-Spezifikation erfüllen, zu setzen. Nach dem Speichern braucht es einen Neustart, dann könnt ihr sehen, dass jetzt eure Root-Partition, also Slash und die Boot-Partition, jeweils von der NVMe-SSD eingehängt ist und nicht mehr auf der Speicherkarte. Das heißt, jetzt könnt ihr theoretisch die Speicherkarte entfernen, dann läuft der Raspberry Pi komplett von der SSD. Praktisch wird das schwierig, weil er das Flachbandkabel genau die Speicherkarte verdeckt. Es gibt hier von der Konkurrenz schon eine andere Alternative, da hat man das Kabel so ein bisschen wie so ein S gebogen, damit man auch an die Speicherkarte hinkommt. Das ist hier leider nicht so und daher ein Nachteil. Ebenfalls unpraktisch finde ich, dass man das Board wieder abschrauben muss, zumindest die 4 Schrauben, wenn man die SSD austauschen muss. Das geht bei normalen X86-Boards deutlich flexibler. Gehäuse sind das nächste Problem, während bei X86-Boards genügend Platz vorhanden ist, sogar teilweise für zwei M.2-SSDs auf dem gleichen Board, haben wir bei Raspberry Pi das Problem, dass der jetzt durch dieses Sandwich deutlich größer ist, bei diesem Head auch ein bisschen länger. Das heißt, in die meisten Gehäuse passt das nicht rein, außer eben sie sind ausdrücklich kompatibel für diese Heads, was derzeit noch eher selten ist. Ansonsten eine spannende Sache, im zweiten Teil werden wir uns das noch mehr ein bisschen in der Alltagsnutzung anschauen, die Geschwindigkeit zum Beispiel und auch noch so ein paar Hacks, wie man da noch mehr rausholen kann. Abonniert daher gerne den Kanal, falls noch nicht geschehen, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald der zweite Teil online geht. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Projekten, tschüss, bis zum nächsten Mal.